ok hier wird schön ausgehoben aber wenn wir schon mal dabei sind rock table 20 stück und dann noch mal auch 20 stück so gut stein habe ich ja mehr als genug ich habe auch noch genug rockpots übrig wie geht es meinem weapon der ist immer noch bewusstlos naja gut das bein ist schwer schwer verwundet ich habe aber leider glaube ich keinen doktor nein ich habe nur den leader in den bekehrt er wird jetzt nicht an einem gebrochenen bein sterben das glaube ich nicht und wir haben hier wirklich schon ziemlich viel ist da ein toter nein das ist der wild bohr ok ok wenn wir schon mal dabei sind animals hund 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 jagd bull bat schon die da nicht bat schon die büffelkuh bat schon die und du gehörst jemanden die katze gehört jemandem goat kit ein chick ein lama kann gebatschert werden kuh kalb und jack kalb oder hat sogar einen guss gehabt ok das ist alles was ich gerne bat schon möchte was ich bat schon kann die hier die wasser büffelkuh naja das lama wasser büffelkuh das sind also drei sachen zum bat schon büffelkuh hundchen will ich nicht bat schon water buffalo kaut du gehörst wohl jemanden nein du nicht sind vier sachen die wir bat schon können groß ist gut ganzer werde noch nicht schlecht die beiden sachen hier die werde ich jetzt mal auf die wiese schicken die drei ok vier sachen sind da bereits drauf auf der wiese da kommen noch zwei neue sachen hinzu so wie sieht es da unten aus mittlerweile einer ist beim arbeiten zwei sind beim arbeiten äh wo wo ist der armor da der mechanik der kommt gerade ok ok wir haben zum glück noch zwei gute miner auch wenn da dritte ausgefallen ist gerade naja kann passieren wenn man nicht vorsichtig ist zum glück ist er nicht tot er muss halt gucken dass er sein bein schont und wir haben eine neue karawane ich hoffe mal ich hoffe mal die arbeiten hier noch immer fleißig nein machen sie nicht kurz ich nehme mal nicht an dass wir kraft haben doch haben wir doch haben wir und mein trader den habe ich vergessen wegzuschicken ok ist alles kein problem wir haben sehr viel wir haben sehr viel fisherberry seeds white strawberry seeds pigtail achso wir haben gar keine plump helmets mehr ich muss aber darauf achten dass ich nicht aus Versehen die plump helmets verkoche die dürfen nämlich genau die da nämlich plump helmets dürfen nicht verkocht werden so gut hier wird fleißig gemeinert und wir wollen unsere situation besprechen ok es ich habe das ruder nochmal rumreißen können eine diskussion beginnen was brauchen wir denn kraft nö eigentlich brauche ich im augenblick gar nichts ach ich gebe mal auf alles was hier gerade so ist wenigstens zwei punkte das vielleicht eisen also metall sachen dabei sind die wir abkaufen können und einschmelzen können so mehr brauchen wir im augenblick gerade nicht können wir schon handeln das sieht noch nicht so danach aus nein sieht ja so aus als ob das zeug was da noch drauf liegt mir gehört aber wir kann einfach keinen platz haben ahja jetzt sind sie beim ausladen die pro access habe ich ja noch oder ja es fehlen also noch die waggons wölfe ja das ist klar wir haben wölfe hier ganz toll ich würde gerne wölfe zähmen ja finischen wir die conversation das geht immer viel zu schnell hier unten sieht das kann nicht mal so schlecht aus mein mechanik ist immer noch verletzt der ist mit haulern beschäftigt general hat keinen job das können wir ändern mach mal 30 betten so so sieht alles ganz okay aus und wir haben mal wieder ein meister stück naja da war ja noch was das hier könnten wir dann eigentlich auch dann machen demnächst okay wieder was geschlachtet wir haben zurück noch keine gestorbenen zwerge was aber auch noch passieren kann hier oben sind sie nun wollen sie noch nicht arbeiten ist auch okay ähm designation mein hat mir auch schon mal hier und ne eine seite reicht erstmal frei aber nicht gerade die wobei ich mir immer noch nicht sicher bin ob ich die da überhaupt brauche ich meine was könnte ich da hin packen ich meine ich kann fleisch und fleisch hier oben hin pflanzen hier hin da brauche ich nur eine seite lass das erstmal noch zu ich überlege mir ob ich den raum überhaupt brauche oder ob ich es so wie hier unten machen soll also ja ich könnte da Knochen hin tun aber nee Knochen sollen ja noch ein Stockwerk tiefer dann kommen und was wollen sie diesmal Toys ok da können wir uns drum kümmern Splints Cutgames Earrings Amulets Backpacks Blocks ok äh ich würde sagen wir traden jetzt mal wenn unser Händler nicht mit einem Meeting beschäftigt ist nein das Meeting müsste jetzt abgelaufen sein achso der Trader ist doch Requested und Winter ist da jetzt kann ich drehen ok gucken wir mal was haben sie denn ein Silber Bar den nehmen wir auf jeden Fall den nehmen wir auf jeden Fall nur Crystal nehmen können wir auch mal nehmen Clay haben wir jetzt genug oh ein bisschen Holz aber nee Holz brauchen wir nicht da fällen wir draußen Bäume jetzt nehmen wir endlich mal Stoff und Leder mit jetzt nehmen wir endlich mal Stoff und Leder mit würde ich sagen Steel Toy Boot Copper Toy X kann mit ein Iron Toy Boot und noch ein Copper Toy Hammer und noch ein Copper Toy Hammer Docs brauchen wir nicht eine Ente nehmen wir mit und den Roster und eine Henne Drake und Duck können wir auch beides mitnehmen Goose Gunther Turkey Hands so das sehen wir jetzt mal alles mit Dwarven Ale Barrel Oaken Barrel Nehmen wir mal auch mit da war ich grad die teuren Birtschen Barrel Chestnut Barrel Dwarf Beer Barrel die Barrels können wir mal mitnehmen so und jetzt gucken wir nach Stoff und Leder wobei wir hauptsächlich Stoff brauchen Leder haben wir ja das sind alles Fertigprodukte das ist Cloth hier Picktay Fiber Leder habe ich gesagt brauchen wir zur Zeit keins aber das hier Silk so dann geben wir mal unseres zum Besten noch sind wir drunter aber es wird langsam wir haben ja genug Zeug Krone hier ist nicht gerade viel drin hier ist viel drin so das dürfte sogar schon reichen Trade gut gut das wäre erledigt hier wird auch noch immer geschafft du Miners da durch du bist noch am Westen du bist beim Trinken du machst Betten finde ich alles sehr schön so so mal kurz überlegen mal kurz überlegen was als nächstes ansteht ich könnte mir das militär schon machen oder ja könnte ich aber nee das ist noch gerade noch nicht nötig die sind glaube ich nur mit plant gathering beschäftigt hier oben oder nein sie sind endlich fertig der giga ist immer noch damit beschäftigt wölfe zu jagen was bringt der denn da bist du noch ein händler weil du bist ein trash denn auch so durchschlacht ist das lama fleisch und plant haben wir es genug doch genug zu trinken oh ja wir haben sehr viel zeug deswegen bist du auch noch fleißig am kochen und am fettrendern wie sieht es mit dir aus du bist immer noch bewusstlos toll ich habe einen komatösen waffenspiel das ist auch nicht so toll aber